Die neue Bankomatkarte mit dem Plus ist da. Die Debit Mastercard. Sie hat mehr Funktionen, damit der Alltag einfacher wird. Bezahlen und Geld abheben. Überall dort, wo das Mastercard-Logo zu sehen ist. Weltweit bei rund 52 Millionen Akzeptanzstellen. Online-Einkäufe sind bequem mit dem Smartphone möglich. Dabei hat man seine Ausgaben immer im Blick. Am Hologramm mit der Debit-Kennzeichnung ist erkennbar, dass alle Transaktionen sofort vom Konto abgebucht werden. Natürlich können Sie auch kontaktlos bezahlen. Achten Sie einfach während Ihres Einkaufs auf das Kontaktlos-Symbol. Die Kartennummer, die sogenannte PAN, mit der Online-Zahlung getätigt werden, steht auf der Vorderseite. Darunter finden Sie auch den Karteninhaber und in der Kartenmitte das Ablaufdatum der Karte. Mit dem EMV-Chip gewährleistet die Debit Mastercard weltweit ein einheitlich hohes Sicherheitsniveau. Ein weiteres Merkmal ist der Magnetstreifen auf der Rückseite. Die dreistellige Kartenprüfziffer CVC ist für Online-Zahlungen notwendig. Neben dem BIC, dem international standardisierten Code einer Bankleitzahl, finden Sie hier auch den IBAN, die im internationalen Zahlungsverkehr gültige, standardisierte Kontonummer des Girokontos. Ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist die Kundenunterschrift. Diese dient dem Abgleich für Zahlungen, bei denen eine Unterschrift erforderlich ist. Das ist die Debit Mastercard, die neue Bankomatkarte mit dem Plus.